Hallo und herzlich willkommen zur Verlosung des Romans Beer Mouse. Drei Stück, ja, könnt ihr jetzt genau gewinnen, wenn ihr mitgespielt habt und das richtige Lösungswort gewusst habt. Es haben 14 Leute mitgemacht und es haben natürlich alle die richtige Lösung gewusst. Sie war auch jetzt nicht so besonders schwer. Ja, ich habe euch nach dem letzten Science-Fiction-Roman von TS Orgel gefragt, halt vor Behemoth. Der letzte Roman von den beiden Autoren war nämlich ein weiterer Fantasy-Roman, das Tausendweltenhaus. Und jetzt hatte ich halt nach dem letzten Science-Fiction gefragt. Und wie alle wussten, ist das Terra. Ja, das war auch ein richtig schönes Buch. Okay, aber jetzt kommen wir zu Beer Mouse. Drei Stück. Eins, zwei, drei. Und wie schon erwähnt, alle signiert. Okay. Wie immer kommt die Losbox zum Einsatz und dann befinden sich jetzt 14 Zettelchen und dann werde ich mal die drei glücklichen Gewinner beziehungsweise Gewinnerinnen ziehen. So, schauen wir mal. So, schauen wir mal. Zettelchen Nummer eins. Nummer zwei. Nummer drei. Schauen wir mal. Ja, das ist der erste Gewinner. Und zwar der Stefan. Ich glaube, der hat schon mal was gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Stefan. So, und der zweite ist schon wieder ein Gewinner. Und zwar der Olaf. Herzlichen Glückwunsch, Olaf. Deinen Namen kannte ich noch nicht auf der Teilnehmerliste. Und wen haben wir noch? Und last but not least. Eine Gewinnerin. Das ist die Barbara. Da kann man es lesen. Herzlichen Glückwunsch, Barbara. Ja, ich werde euch eine E-Mail schreiben. Und dann solltet ihr mir eure Postadresse schicken. Und dann schicke ich sobald wie möglich das Buch zu euch auf die Reise. Und ich hoffe, dass es problemlos bei euch ankommt. Ist bis auf ein, zwei Mal, glaube ich, immer problemlos passiert. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß bei dem Roman. Ich werde ihn auch noch lesen und werde ihn dann auch auf dem Blog vorstellen. Und wenn ihr die Rezension zufällig seht und dann das Buch auch schon gelesen habt, könnt ihr mir auch gerne als Kommentar dazu schreiben, wie ihr denn das Buch so fandet. So, ja, dann sind wir schon wieder am Ende. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und macht es gut und bleibt vor allem gesund. Tschüss, bis zum nächsten Mal.